Okay, ich habe jetzt dieses Teil getrocknet, das ist ein beendeter Teil und das unbeendeter Teil. Jetzt machen wir einen Brandversuch. Das ist das unbeendeter Teil. Der Hör auf. Die Flamme geht nicht weiter. Das ist hier ein beendeter Teil. Man sieht hier den Unterschied zwischen beendetem und unbeendetem Teil von diesem Papier.